Ich weiß, was ich meine. Okay. Nö, keine Ahnung. Es gibt doch immer pro Spiel so einen MVP. Hm? Den hattest du. Ach so. Ach so. Leider achte ich gar nicht drauf. Ich hab doch schon mal gesagt gehabt. Bei den Spielen achte ich überhaupt nicht auf die Punkte. Das ist mir komplett bewusst, ob ich jetzt viele Punkte hole, wenig Punkte hole. Ja. Ja. Ob ich jetzt viele Punkte oder wenige Punkte hole, ist mir in dem Fall egal. Ein Seitfallzieher wär's gewesen. Wenn wir da nicht reingegangen. Ja. Mit, äh... Polar und Tastatur. Ich spiel mit Controller. Anders könnt ich's auch gar nicht. Fall kommt. Der wär ein bisschen doll. Oh, hab's gesehen. Aber, äh... sah auch torverdächtig aus, das Ding. Oh. Ne, ich spiel mit. Jetzt. Jetzt, jetzt. Deiner, deiner, deiner. Ja, du schaffst den, du schaffst den, du schaffst den. Mach ihn einfach rein. Sehr gut. Also ich war noch hinter dir. Ich hätte dir auch hinten noch einen Schubs geben können, aber ich hab dich halt fahren lassen. War mir alles sicherer so. Siehste? Da hab ich gewartet. Lass mich mal fahren. Lass mich fahren. Also wär da einer gekommen, dann hätte ich dir noch einen Schubs gegeben. Kann mir mal nicht vorstellen, dass ich den ersten Ballkontakt habe. Das steht zwar immer da, aber... So, Ball kommt. Au. Komm doch nicht. Nee. Jetzt, jetzt. Bin ich da. Komm zu hoch. Oh, voll auf die andere Seite. Achtung. Ball kommt. Du machst es selbst. Komm. Oh, ich hasse diese Ecken. Das ist immer so scharf, dass ich die Teile nicht rein kriege. Oh. 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 Boah. 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 Leck mich, Alter. Ich dachte, kriegst du ihn noch raus. naja wie er die ecke leckt mich am arsch mit einer scheiß ecke kann natürlich mal meter größer sein jawohl hier achtung kommt okay kam kommt noch mal achtung da kommt da ich mache ihn gottseidank diesmal habe ich selber geguckt noch voll vorbei und wie er drin ist schön an allen vorbei dankeschön das muss ich sehen ich bin hinten mist warte halte durch kommt ist ja die ganze zeit können sie nichts ja war das jetzt hat sie ja geklappt bei denen genau einfach springen da kommt weil kommt aber der war geschenkt wo ist er nun wieder hin das einmal von der mittellinie nach links und wieder rechts geflogen kommst du irgendwo hinter mir boom richtig schön gerade den habe ich ja auch so vorgelegt habt ja mit dem sprungboosen aufregend teamarbeit wieder aber leider nicht reingegangen sah dennoch gut aus ok schmeißen sich das ding selber wieder vor die füße ich hätte ihn doch nur anbutzen müssen da war zu weit rechts erwischt ja und sollte mich auch weiter drehen und nicht nein alter das war das war ja fies oh shit der war richtig der hat mich in den ball reingeschubst guck bamm ja hab's versucht ich war zu langsam ok warte ich lege ihn vor ok ich lege ihn mir selber vor ok na los komm ja dieses ganze geramme hier immer so fallrückzieher voll in die scheißrichtung nein 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 oh ich fliege erstmal übers tor und überhaupt und jawohl hoff Der hat mich weg gerammt ja ich hatte ihn gekriegt koll all meinten er hinter dir hinter dir hinter dire hinter die schon wieder hinter dir gleich Oh, wieder zu langsam Ich hasse mich Man sollte hier auch Fouls kriegen können Das gehört ja auch irgendwo zum Spiel dazu Ey, komm schon Das war mein Eil, guck Oh, ne, ne, hab mich zu weit oben, äh, unten erwischt Wo ist er denn? Da hinten Jetzt sind wir nochmal ganz schön nah rangekommen Ja